Hey Kidders! Später Um 18 Uhr wird ein Livestream beginnen Ich werde bis 20 Uhr wahrscheinlich streamen Und ja, ich will eine Katze Und ich kann andere tot machen, guck Ich werde wieder Counter-Strike spielen und auch Rainbow Six Also ja, macht euch auf jeden Fall bereit Die harte Action zu erleben Was ist mit dem los? Krass Er fährt einfach um, das ist doch der Agent Swiss Bam Waaah, Spidey Oh no, please don't kill me, Spidey Please now, don't kill me Terminated, Giddy Spidey, you can die Ja, es wird wieder hart gestreamt Ich bin schon richtig erregt deswegen, wisst ihr Also ab 18 Uhr könnt ihr einfach mit reinschauen, ja In den Stream, die Verbindungsdaten zum Streamen Findet ihr unten in der Beschreibung Da habe ich meinen Twitch-Kack-Verlink Guckt auf jeden Fall rein, es wird höchst emiziös Ich kack erst noch ein bisschen Ich weiß nicht, warum die Scheiße irgendwie hinter der Katze kommt Ist vielleicht schlecht gemacht, man weiß es nicht Ich wurde gefragt, wann der nächste Community-Abend ist Dazu weiß ich leider noch nichts Also kann ich keine Informationen rausgeben Denn, äh, ja Manchmal schlage ich ja Ich schlage noch nicht mal was vor Wie nennt man das denn? Ich sag einfach Möglicherweise hier und möglicherweise dann und dort Und wisst ihr Und dann, ähm Nehmen das aber einige immer direkt so, äh, wörtlich Und sagen dann, du warst ja gar nicht da Obwohl ich immer sage Möglicherweise habe ich vielleicht Dann und dann Zeit Aber das heißt ja dann Dass es so lange nicht beschädigt ist Bis ich es bestätigt habe, wisst ihr? Ich sag einfach Ich weiß nicht Wann ich meinen nächsten freien Termin, äh, habe Wann ich zur Rand kommen Mit dem Schambambel Aber bis dahin gibt es ja Höchst immiziöse Videos von Katzen Oh, sind die süß? Die sind ja immer noch da Bah Die sind bestimmt voll gute Oh, ich kann hier reinscheißen Hart am Kecken, Alter Guck mal hoch und springen Kann man, kann fliegen Pfff Achtung, jetzt falle ich um so einen Haufen Scheiße Oh, so viel Kot Mhh Und diese verkackten Schränke da Die müssen weg Ja, das Spiel habe ich letztens bekommen Ich dachte mir, komm, ich muss es euch übrigens mal zeigen Ich bekomme in letzter Zeit sehr viele Spiele Äh, und weiß halt nicht, ob ich die Ob es, ob die zeigenswert sind Eigentlich sind sie alle Haben sie alle so ein bisschen, äh Schon einen gewissen Wert So wie, so wie das hier Diese Kranke Scheiße Bap, 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 bap Uuuuuh Ich will Autos fahren Geh mal zur Seite, okay Bum, bum Oh, ha, ha, ha Die Steuerung ist so ein bisschen Schwierig Achtung Lalalalalalalala Bum Ich bin ein richtiger Bum Ich bin Monster Kitty Und schieße alles kaputt Oh, yeah Ich bin Monster Auto Und falle kaputt Oh, yeah Vor mir kann sich niemand verstecken Denn ich bin ein mieses Pussy Hallo, Hohn Ha A second floor Tja Damit hat er nicht gerechnet mit Monster Kitty Lalalalalalalala Die Granatenkotten Scheiße Scheißt Das sind die schlimmsten Katzen Die Scheiße Kacken Ich bin tot, oder was? Egal Seid dabei beim Streamen Ich freue mich auf euch Bis 18 Uhr Da rein Wo- Vielen Dank.